Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo wollen wir uns mit dem Begriff der Textarten etwas vertiefend auseinandersetzen. In der Kategorie A zum Sachtext geht es hier um informative Texte oder grob gesagt Texte, die der Information dienen. Ein Sachtext dient immer irgendeiner Sache. Deswegen heißt der auch Sachtext. Eine Sache ist so etwas wie ein Objekt, ein Ding. Etwas, was Sie anfassen, fühlen, schmecken, tasten kann. Im übertragenen Sinne vielleicht auch Dinge allgemeiner Vorstellung wie Gerechtigkeit. Das kann ich nur nicht direkt anfassen, aber es ist eine Sache, die also auch ein Text benötigen kann. Eventuell wenn man sich darauf verständigen möchte, was denn nun Gerechtigkeit sein soll. Wenn ein Text der Information dienen soll, dann muss er vor allem eins beinhalten. Überraschung, er muss Informationen enthalten. Was sind Informationen? Das sind Dinge, die aus den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.